Wer braucht keinen Platz? Keine Hoffnung Gehen schon mal rein Haben wir drei Stück kann ich noch mitnehmen Ha! Okay Hast du noch drei Slots frei? Du? Hast du noch drei Slots frei? Nee, gar kein Slot mehr Aber drei Slots kann ich noch mitnehmen Ah ja, okay Dann nimm die mal mit Was kann denn weg? Kann ich irgendwas was wegkann? Die Melonen sahen eigentlich, oder? Ja, eigentlich haben wir ja welche Was kann noch weg? 1, 2 Stück kann ich frei reichen Fast schon perfekt Fast not Fast not 只是 Fast fester Was ist das ein commencer Platz jetzt hast du wieder Platz ein 1.1 habe ich jetzt frei ein ganzes Flott Mann bist du großzügig drei Schienen kann ich noch mitnehmen Ok die werden ich auch mitnehmen auch mehr dann habe ich vier Stacks an Schienen habe ich dabei krass scheiß arg er muss verschickt er sich hat doch ein weiterer und da sind Schienen meine Schiene ich meine Schiene ein Eisen heute Abend die Stadtschmerzen so die St und die neben dem Lied die Tanzen Prozent nach dem Arschklo oder nach Bütter was ist das Lied? äh, kann ich nicht mehr da von? ah, ne, das ist einmal heiße, das fällt mir voller will das Ding? muss ich das kennen? ne äh, das ist ein Lieder, ja echt? kann ja nicht sein das muss ich 179 Meter latschen aber mehr nicht 179 Meter sehr süß bist du zuhause oder was? ha, ha, ich steck noch tief unter der Wüste, mein Lieber komm mal hier, das Ende wo Eisen sind, kann ich schon mitnehmen oh oh, und wo komme ich an? bei Lava? nicht so viel bei Eisen und zwar ja, es ist mehr als 1,6 gerade mal aber und nicht so Lava Lava und ist Lava Lava und und ich soll aber Lava Lava und Strom auch und Lava 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 Gold. Darauf scheiß ich nicht. Gold. Okay. Ja, ich komm schon näher. So, ich hab noch eine Eisenspitzhacke, die verbrauch ich jetzt noch. Ja, sicher doch. Wollt ihr mich verarschen? Doch denn nur. Oh, du hast die Hände zu wieder angestellt. Nee, ich will hier so eine Höhle runter, ist da so ein Lavafluss, was sich drei Kilometer weit oben anfängt. Ha, Hammer. Wenn eine ganze Höhle runterrauscht. Ja, super. Ich würde mich jetzt hier durch das Blöden. Ich bin hier in der Höhle und hab kein Holz bei mir. Nein, ich bin da nicht mehr. Warte schon. Ah, aber hier ist... Hier ist wieder die Minis. Warte mal hinten. Komm, scheiß auf die Strings. Na, Hammer. Wir müssten bei Legenheit dann mal in den Nässe, aber... Großer? In den Nässe müssten wir auch bald mal. Ja. Dann bauen wir ins Portal. Ja, lass mich mal bitte erst mal ein bisschen Material suchen. Alter. Ich hasse es. Nicht ich liebe es, sondern ich hasse es. Ich hasse es. Genau. Bis gerade dabei, dich ganz in Ruhe irgendwo durchzubuddeln. Zack, plötzlich hast du Laber unter den Füßen. Von Costa Lava Lava. Okay. Okay. denn vor in einem das ist ein Video spielen also wenn es danach geht lieber live nach dem Spiel dann lieber live ja lieber leben ey alter ich sag mal so die haben und wer hat auch eine ganz bestimmte engine gelegt und zwar die Brustwackel engine die Brustwackel engine die Brustwackel engine erinnert mich an an Bram wie sie sind die die von Wackeltitz oder wie war die Brustwackel engine schweiget jetzt er schweiget jetzt so war genau die von Schwabeltitz in der Nähe Prozent alle Bram muss erst bei der Schwager aus einer Jugend erzählen Prozent Prozent und das mit der Mühle was musst du und nach Mieter ich habe mich gleich komplett unter die Wüste durchgebuddelt Nürnberg mal geradeaus durch eine Ausnahme so ein bisschen sand entgegen unwesentlich so viel kann es nicht sein ich bin gleich unter dem Schneegebiet ich habe mich immer fleißig nach Norden gebuddelt Oh nein, es ist Miene ey, meine Fresse Oh, hammergeil, Spinsborner, meine Fresse Scheiße so Okay, auf die Schienen scheiß nicht Oh man ey, ist lästig Ich bin keine Dias, kein eisenvernünftiges, nix Ja, das lästig Oh Na, da muss ich mir den Donner durchbuddeln Doch dann fahrs mit dem buddeln Nein! Ja Ja, warte, nun nein oder ja? Ja, ich bin da Oh, ich bin ein Sichter